Yeah, 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 was geht Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, und zwar, Leute, an der Stelle einfach mal ein paar Tipps gegen die Langeweile, weil ich glaube, das Ganze wird noch ein bisschen länger so weitergehen. Und wir haben alle genug Zeit und deswegen hier einfach mal ein paar Tipps, was ihr so zu Hause machen könnt, falls euch langweilig ist. Haut rein und viel Spaß. Und zwar, würde ich sagen, switchen wir mal rüber. So, ähm, ja, Leute, was kann man gut am PC machen? Ihr macht das alle täglich. Ähm, ich würde sagen, YouTube. By the way, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, Freunde, wir sehen weiter. Gucken wir mal hier. Daily Dose of Internet, Leute. Hat Unge, haben viele, viele schon, viele oder die meisten kennt's, Leute. Daily Dose of Internet, die meisten Leute kennt's. Hm. Hallo, everyone, this is your Daily Dose of Internet. Nothing more fun than playing with your dogs. Wow, er weiß, wovon. Allein schon. Allein schon. Allein schon. What? Alter, den, Leute, den kennt ihr, ne? Den haben wir schon mal gesehen. Also, den kennt man bei Galileo und so. Richtig, richtig nice. Auf geht's zum nächsten Tipp. Je, je, by the way, einfach mal wieder ein Puzzle machen. Rick und Morty Puzzle. Zieht's euch rein im Video. Gibt's auch was zu gewinnen? Jammer. Ich werde wieder 10 Euro verlosen. Ihr wisst, wie es läuft. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Video liken, Kommentar schreiben und ihr seid vorbei. Oder der tägliche Blick in den Kühlschrank. Oder wenn möglich im Garten Fußballspiel. Oder ein paar Körbewerbe. Oder auf einem Zebra reiten. Okay. Oder auf einem Sandkasten spielen. Nice. Oder eine Banane essen. Ye, ye, Leute. Oder noch ein Tipp. Einfach grillen. Köstlich schmeckt. Ja, Leute. Oder einfach Hanna schneiden. Ja, Leute. Oder einfach ganz entspannt Netflix gucken. Es gibt so viel, was man gucken kann. Oder Disney Plus. Auch eine gute Empfehlung, Leute. Sechs Tage kostenlos testen. Und danach überlegen, ob ihr dabei bleiben wollt. Auf jeden Fall. Mein nächster Tipp. Fernseh gucken. So. Ja, Leute. Oder ganz entspannt mit eurem Freunden Playstation zocken. Das war es auf jeden Fall von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Leute. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Leute. Schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Tschüss. hecho. söyle. Untertitelung des ZDF, 2020